hallo und damit herzlich willkommen zu let's play trackmania wii diesen part gibt es noch nicht online vielleicht auch noch nicht nächsten part oder übernächsten part mal gucken wir zocken erstmal trackmania wii alleine dann mache ich das trackmania eben am sech das ist nicht so wie die excitebike oder mario kart oder minecraft holy shit trackmania eh, alle haben sich gefreut auf trackmania wii dude marmastilium a1 als erstes ein minuten drei drei playstation 3 reno wrong stylus 2 waaaaaaay ich gib voll ab denn 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 BEAHHHH所以 ich das 1 mal auf der 2 versuch habe ich das nicht geschafft merkt heraus, zu meinem resource Savage wechsel stadium a2 a2 ja richtig gehört da kommt es aber oder auch nicht die musik geht auch schon gut ab ja also ich finde alle Soundtracks gut das war schlecht, come on wahrscheinlich werde ich das auch von Nations und von United aufnehmen mal gucken aber das gibt es vielleicht im Review oder in Gameplay aber erstmal kommt nichts über Mario Bros. 3 was ich ja auch genommen habe und kann bei Mavid in der Weise nicht gehen vielleicht probiere ich das nochmal morgen nochmal da muss eben halt Mario Kart Wii irgendwann mal wieder kommen denn schon nicht nächste Woche wenn ich überhaupt den Plan einhalten kann äh das hatten wir das hatten wir noch nicht aber das sind also ein wenig lädt das zu lange aber naja ich glaube auf der PC Version ist es ein bisschen schneller ich weiß nicht ich glaube ja so dann mache ich ja von das allererste Trackmania vielleicht dazu so ein Online Netplay Online was weiß ich aber hier wahrscheinlich dazu nicht das war ein bisschen schade aber ich meine hier kann man erstmal hier äh jetzt play Trackmania wie machen ohne Online wirds auch nochmal ändern äh ja kann man sogar ja kann man sogar vier Medaillen gewinnen ich weiß nicht ob das auf der PC Version auch so ist aber ich glaube schon ich kann die Musik nicht mehr bei mir rauskriegen ich spiele gerne Trackmania auch sogar Half-Life und so ich bin eher so ein Half-Life Zocker und seitdem ich das hab bin ich so einer der gerne Half-Life zockt also mein Steam Profil kann man das auch sehr genau sehen ja gute Musik ja ich bin schnell hier muss ich schnell machen Dude uns kommt gar nichts mehr doch es kommt ja eine menge noch gold ist aber nicht zu toppen leute wei 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 kein neuer rekord strecke wechseln und zu island rüber naja ist klar also ich mach das hier mal leiser ich weiß nicht ob das denn bei euch bleibt ich hab keine ahnung ich glaube aber schon weil sonst explodiert irgendwann mal mein headset sag ich schon mein kopfhörer vom headset ist auch nicht gerade so prückelnd wo und wir sind macht 1 1 3 2 ja genau zwei nicht ein oder drei oder was weiß ich so 2 und schon mit diesen musik ein die griech mal echt nicht mehr in meinen kopf raus ich gebe zu dass die musik aber danke liebe firebrand games jungs das hat er ganz gut gemacht ich bin sowas von begeistert und geflasht alles mögliche das ist nicht auf steam naja bei steam kann man ja auch nicht alles haben nicht betrifft btf das heißt betrifft bedrückt ja er muss ja am 19 bowling gehen super aber naja da habe ich auch gesagt ja komm ich trainiere feuer eine klasse da war das war echt trocken ähm topfen soll ich jetzt sagen entschuldigung für die oder aus ich finde annahme für diese blöde ausspruchsweise sage eben halt sowas da muss man sich auch nicht gleich wundern das ist ja das flughafen sein oder was okay aber ich habe es jetzt mal verkauft naja naja seht ihr ich hab total verhaunt scheißen dreck 10 minuten schon ich freue mich gleich auf den soundtrack den wir gleich hören werden das ist der aber garantiert nicht das ist ein anderer und desert das ist so eine geschwindigkeit raus blablabla ja ja verstehe geschwindigkeit raus ja gibt es ja auch bei Sonic 4 so ein level das heißt ich hab's gut gemacht 11 Sekunden mehr das ist doch mal was oder weniger Sekunden mehr 11 Millisekunden was habe ich eigentlich für Probleme hier alter das gibt's doch gar nicht ja die musik die flasht alles ja ich pfeife ob das euch passt oder nicht oh mein ich habe mich fast auf die fresse geflogen okay das war schlecht oh jetzt wird's gut also irgendwann kann man die musik echt nicht mehr hören obwohl sie ist ganz gut ja dies war schön schillig aber ganz ehrlich das ist manchmal echt so viel was man dafür bekommt 40 euro hat es mir übrigens gekostet naja das wollte ich auch haben ne und das ist eine andere musik ja ich weiß oh mein eine sekunde acht hier muss man ganz extrem aufpassen was man hier macht weil das manchmal auch schon sehr blöde enden kann wenn wir noch eine sind ja nur meistens sekunden ja meistens aber nicht immer können ja erstmal zählen wie viele runden das von hier waren überhaupt oh mein das geht richtig schlecht runter scheiße also hier nicht so hier beschleunigen ja das geht ich wollte schon sagen dieses auto ist gegen so ein Finishing-Kraft. Also ich sage schon mal, bis zum nächsten Mal und tschöööö!